So, hallo zusammen! Heute geht es weiter mit dem Projekt Nummer 3 aus unserer Julibox und zwar dreht es sich heute um ein eher technischeres Video und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich gerne koloriere und dafür habe ich euch schon ein paar Sachen vorbereitet aus dem in dem Paket habt ihr verschiedene Blätter drin und zwar habe ich hier schon einmal ein bisschen Designerpapier für euch bestempelt, einmal auf Aquarellpapier in Abdruck gestempelt und ihr dürftet auch noch mal eine Sonnenblume separat auf Flüsterweiß haben, denn ich würde euch heute gerne einmal zeigen, wie ich die Sonnenblumen koloriere und ich hoffe, dass alle langsam eintrudeln. Ich schaue auch selber noch mal auf den PC, dass das Video auch klappt online. Ich habe heute eine schlechte Internetverbindung. Es wäre total schön, wenn ihr einmal schreiben könntet, wenn ihr mich sehen und hören könnt. Gerne dann einmal in den Kommentaren reinschreiben, dass alles klappt. Ich schaue mal, ob ich am PC selber herausfinden kann. Im Grund wird mir das Video noch nicht angezeigt, aber ich meine zu sehen, hallo Sam, dass du mich schon sehen kannst. So, Marions Wasser, da ist doch. Hi Sam, super, klasse, hören und sehen. So soll das doch sein. Das ist super. Wir warten mal noch ein paar Minuten, wer sich noch so einklingt. Einige haben schon beschrieben, dass sie später auf YouTube nachbasteln werden. Das ist natürlich auch gar kein Problem. Ich weiß, dass es für viele halt auch an dem Sonntag doch auch nicht immer so einfach ist oder auch heute das Wetter unglaublich schön ist und einige gerne an der Natur sind. Das ist ja das Schöne, dass die Sam und ich uns das so überlegt haben, dass wir zwar die Videos drehen, aber sie ja auch auf YouTube hochladen. Also könnt ihr euch die auch im Nachhinein noch anschauen und dann eben nachbasteln, wann immer es euch eben gut passt. Ja, genau. Also in der Juli-Box dürften, also mindestens einmal das gestempelte Designerpapier, einmal auf Aquarellpapier und dann noch einmal auf Flüsterweiß die Blume. Ich weiß nicht, ich glaube, das Blatt habe ich nicht für jeden auch mal gestempelt, weil hauptsächlich geht es um die große Sonnenblume. Und dann habt ihr auch noch in der neuen In-Color-Farbe-Hummelgelb Papier bekommen und in der neuen In-Color-Farbe-Zimt-Braun, dazu auch ein bisschen Band. Und dann haben wir euch auch nochmal, falls ihr die Tipps anwenden wollt, nochmal ein Platt von Aquarellpapier beigelegt, sodass ihr auch was anderes stempeln könnt, wenn ihr sagt, ich bin eigentlich eine Sonnenblume nicht so meins, aber ich möchte das gerne ausprobieren auf anderen. Oder ihr sagt, boah, das hat mir voll gut gefallen mit der Sonnenblume. Das muss ich auch mal mit anderen Motiven ausprobieren, könnt ihr das natürlich machen. Deswegen nochmal einen Bogen Aquarellpapier. Hat man jetzt vielleicht ja nicht zwingend sonst zu Hause. Und auch beiliegend habt ihr noch ein bisschen von dem Designerpapier. Hier in meinem Fall jetzt auch Hummelgelb und Zimtbraun. Das kann aber durchaus ein bisschen variieren in den unterschiedlichen Paketen, weil natürlich haben wir ein bisschen bunt gemischt aus dem Paket, was bei euch dann sozusagen mit drin ist. Das kann ich erstmal beiseite legen. Damit werde ich jetzt heute kein fertiges Projekt mit euch basteln, weil ich zeige euch heute einmal kolorieren auf Flüsterweiß. Und zwar habe ich da einmal die Stampin' Plants. Und dann werde ich euch noch eine Technik zeigen mit den Stampin' Right Markern, mit den Schwämmchen und noch ein, zwei kleine Tipps mit anderen Möglichkeiten, was man machen kann zum Kolorieren oder Stempeln. Und dann werde ich ein zweites Video drehen. Das werde ich aber nicht mehr heute live mit euch schaffen, weil da muss ich auch hier alles umräumen. Das wird dann zum Kolorieren mit Wasser, also sozusagen auf dem Aquarellpapier. Dafür werde ich im Laufe der nächsten Woche ein Video online stellen. Und da zeige ich euch dann, wie ich mit den Aquapaintern male, mit den Aquarellstiften, und auch so da noch ein paar Tipps zu Techniken mit rund ums Wasser. Also heute mal noch wasserfrei. Ihr könnt, wenn ihr die Stampin' Plants nicht habt, natürlich genauso gut auf dem Flüsterweißen Karton auch mit Buntstiften kolorieren. Das wäre noch eine Möglichkeit, wenn ihr eben noch keine Plants oder keine Marke habt, könnt ihr da natürlich auch ausweichen auf Holzstifte. Ich denke, da werden auch schöne Projekte mit entstehen. Und wenn ihr für das Video, was ich noch mache, keine Aquarellstifte habt, könnt ihr natürlich auch mit einem Wassermalkasten und Pinsel arbeiten. Also auch da werde ich gucken, dass ich da ein paar Tipps dann einfließen lasse. So. Aber starten wir einmal mit dem Kolorieren auf den Flüsterweißen Kartons. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr vielleicht erst mal das einzelne Objekt nehmt, oder ob ihr gleich an dem Designerpapier sozusagen loslegen wollt. Designerpapier könnt ihr mit all euren Motiven, die ihr habt, mit den Stempeln selber gestalten. Also man muss kein fertiges Designerpapier kaufen. Ihr könnt euch einfach eure Stempelmotive wild auf ein Papier draufstempeln und dann später kolorieren. Ich finde das unglaublich entspannend kolorieren. Von daher finde ich das eine schöne Möglichkeit. Ihr könnt das auf einem ganzen DIN A4 Papier machen oder eben euch 6 auf 6 Inch Papier zuschneiden oder in jeder Größe eigentlich, die ihr wollt. Dazwischen geht natürlich auch. Ich habe mich heute für 6 auf 6 Inch entschieden, beziehungsweise schon vorher mit der Sam für diese Box, weil ihr ja letzte Woche mit der Sam zusammen eine Technik gelernt habt, um aus einem 6 x 6 Inch Designerpapier Karten zu basteln. Also wie ihr das sozusagen, wenn ihr das fertig koloriert habt, nochmal zerschneiden könnt und dann eben schnelle Karten auch noch zaubern könnt. Da habt ihr sozusagen ja schon einen kleinen Tipp und daher jetzt 6 auf 6 Inch und nicht das ganze DIN A4 Papier. Ich habe das gemacht, gestempelt mit dem Stamperatus. Das ist ja eine Stempelpositionierhilfe, die es gibt von Stampin' Up. Finde ich ganz super. Gerade wenn man so Sachen macht, wie verschiedene Koloriertechniken, die ich euch nachher noch zeige oder eben so Designerpapier bestempeln. Das Stamperatus kommt mit einer Auflageplatte, die schon die Kästchen, sozusagen hier Zentimeterabstände einem vorgibt, kommt mit einer Schaumstoffmatte, die ihr draufkommt und zwei dieser Stempelplatten. Eine sozusagen oben und eine könnt ihr zur Seite nutzen. Wenn ihr ihn zusammenlegt, müsst ihr eine rausnehmen und dann könnt ihr die andere zuklappen. Es können nicht beide in diesem Raster liegen, wenn ihr den verstauen möchtet. Nur, dass ihr euch da nicht eure Platten kaputt presst. Diese schwarze Matte braucht ihr nur, wenn ihr Stempel mit Klarsichtstempeln. Ihr braucht die nicht, wenn ihr mit einem Gummistempel arbeitet. Und das Set Gute-Laune-Gruß hat ja diese Gummistempel. Das heißt, da braucht ihr die schwarze Matte nicht, sondern die bräuchtet ihr nur, wenn ihr mit einem entsprechenden Gummi stempeln wollt. Jetzt brauche ich mal noch kurz. Und das könnt ihr euch dann mit diesen Magneten, die auf der Rückseite sind, aufpassen, dass die nicht gegeneinander kommen. Die sind super stark und dann unglaublich schwer wieder zu lösen. Damit könnt ihr euch das Papier sozusagen dann, dass es fest ist, einmal festklicken. Dann könnt ihr den Stempel eben dort positionieren, wo ihr ihn gerne hättet. Drückt ihn fest auf der Seite mit der Glasplatte und jetzt könnt ihr es hochnehmen. Wenn ihr jetzt stempelt, dann ist es ganz schön, dass ihr halt eben noch mal stempeln könnt, falls irgendwo nicht genug Tinte aufgekommen ist und deswegen mit Magneten das Papier befestigen, dass euch das Papier nicht verrutscht. Wenn ihr das jetzt macht, zum Beispiel nehme ich, weil ich nachher mit den Stampin' Blends kolorieren möchte, das Memento Tuxedo Black. Damit kann ich mir mein Stempelmotiv einmal einfärben. Kleiner Tipp auch hier, weil das so leicht schräg ist, wenn ihr euch die Hülle von dem Stempel-Set drunter legt, dann hat das eine ebenere Fläche und dann ist das ein bisschen leichter, das Stempelmotiv auch einzufärben, weil das dann eben nicht so nachgibt. Gut einfärben. Hallo Cordula, schön, dass du dabei bist. Und dann könnt ihr euch den Stempelabdruck einmal abdrücken. Und jetzt hat das schon sehr, sehr gut geklappt, aber so an manchen Stellen war noch nicht besonders viel Tinte aufgebracht. Das heißt, da könntet ihr nochmal drüber gehen und kriegt dann einen ganz satten Stempelabdruck. Am Anfang habe ich gedacht, ach, so einen Stempelpositionierer brauche ich ja nicht. Ich bin ja ganz geübt im Stempeln. Aber für verschiedene Techniken, wo ich euch nachher auch noch was zeige, ist der super praktisch. Und er ist doch mehr als nur eine Stempelhilfe für Leute, die nicht stempeln oder die sich schwer tun mit dem Stempeln, sondern es ermöglicht einem unglaublich viele, ähm, es ermöglicht einem unglaublich viele Möglichkeiten. Ich habe heute ein richtig gutes Deutsch. So, um das sauber zu machen, da empfiehlt sich der Reinigungsprofi. Das ist dieses Reinigungstuch, das ihr einfach unter Wasser, ähm, danach, also mit Wasser befeuchten könnt, dann kräftig ausdrücken und dann könnt ihr einfach über das Stempelmotiv immer drüber gehen und dann nimmt das alle Farbe auf. Das sieht dann, wenn ihr das viel benutzt, halt, äh, nicht mehr so schön aus, aber das gibt die Farbe nicht mehr her. Also ihr könnt da euer Stempelmotiv fleißig mit reinigen. Das nimmt die Farbe auf und dann ist euer Stempelmotiv und auch das Temperat ist außenrum sauber. Ähm, und in regelmäßigen Abständen solltet ihr das dann mal unter fließendem Wasser ausfringen und auswaschen, dann kommt da durchaus die Farbe raus. Ähm, aber ansonsten könnt ihr das relativ oft hintereinander verwenden, bis das Tuch keine Aufnahmekapazität hat. Den Kordel, ich lese gerade, dass du den Stemporatus viel zu selten benutzt. Also ich muss gestehen, bei mir landet er auch immer gut verpackt, ist er im Schrank. Ähm, aber ich habe ihn jetzt wirklich öfter rausgenommen, um so verschiedene Techniken anzuwenden, wo es dann echt praktisch ist. Oder wie jetzt hier für die Julibox, um halt ein Designerpapier mehrfach zu erstellen. Weil jetzt könnte ich ja das Papier wegnehmen, ein neues hinlegen, nochmal stempeln. Das heißt, wenn ich mir das vorstelle, habe ich das achtmal gestempelt, danach habe ich das Stempelmotiv umgelegt, habe nochmal achtmal gestempelt, habe es wieder umgelegt, habe es nochmal und habe dasselbe Designerpapier sozusagen dann mehrfach zur Verwendung und habe halt gleich mehrere hergestellt. Und da kann man wirklich viel mitmachen. Und gleich noch ein paar andere schöne Techniken. Noch kurz den Reinigungsprofi, den, ähm, den tue ich in einer Stempelbox. Standard kostet glaube ich auch 9,75. Ähm, und dann bleibt das schön feuchten, dann kann man den immer gut, hat man den immer griffbereit, ähm, zum Reinigen dabei und auch gut verstaut. Weil ist ja durchaus immer ein bisschen feucht, will man also nicht einfach so rumliegen lassen. Und wenn ihr ihn offen rumliegen lasst, wird er unglaublich hart und trocken. Dann müsstet ihr ihn jedes Mal wieder, ähm, befeuchten, bevor ihr loslegen könnt. Und wenn ihr ihn in der Box habt, bleibt er relativ lange einsatzbereit. So, das habe ich gereinigt. Dann kann das jetzt einmal in die Box zurück. So, und wir fangen einmal an und kolorieren dieses Motiv. Ich habe ja schon gesagt, mein persönlicher Favorit, aber natürlich muss da jeder für sich irgendwie herausfinden, womit er gerne koloriert, sind die Stampin' Blends. Meine Freundin hat schon letztens gesagt, also immer wenn ich höre, dass du irgendwas gemacht hast, sind es die Stampin' Blends. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber damit machst du sehr viel. Und da hat sie recht. Das sind Alkoholmarker von Stampin' Up. Die kommen immer im Kombipack. Und zwar immer in einer dunklen und einer hellen Nuance von der Stempelfarbe. In dem Fall habe ich jetzt hier Kürbisgelb. Ja, so ein Orange. Und dann die passenden Incolorfarben habe ich Zimtbraun und Aventurin. Beziehungsweise das Aventurin braucht man nur, wenn man die Blätter auch macht. Jetzt haben wir ja hier nur die Blumen. Das heißt, ich nehme das Zimtbraun. Und leider, leider, leider gibt es das Hummelgelb nicht als Stampin' Blends. Aber ich fand das Mangogelb ein sehr schönes Gelb, das dem auch sehr nahe kommt. Und davon gibt es die Stampin' Blends. Deswegen habe ich auch noch die sozusagen mit dazu genommen. Genau. Also, ihr nehmt euch euer Motiv und könnt mit einem Stampin' Blends. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, von hell nach dunkel oder von dunkel nach hell zu kolorieren. Ich finde das auch je nach Motiv ist das bei mir ein bisschen unterschiedlich. Also hier habe ich jetzt für mich entschieden, dass ich mit dem hellen, in der Mitte fange ich mit dem hellen an, also beim braunen. Ich muss nur kurz mir etwas holen zum unterlegen, denn die Blends, die gehen durch das Papier durch. Das heißt, wenn ich jetzt so malen würde, würde ich mir auf meinen Tisch malen. Ich brauche also kurz eine Unterlage. So, also mal schnell ein Schmierpapier genommen. Und dann hat der Stampin' Blend eine Pinselseite und eine dünne Seite. Jetzt nehme ich die dicke Pinselseite und bin da einfach großzügig und male in der Mitte. in leicht kreisenden Bewegungen mir diese Innenseite von der Sonnenblume aus. Auch das in der Mitte, was schon so schwarz gestempelt ist. Und auch diese kleinen Pünktchen außenrum. In kreisenden Bewegungen ist an sich immer praktisch bei Markern, die an sich verlaufen. Wenn ihr Marker habt oder mit Stiften malt, die eine Strichlinie hinterlassen, solltet ihr natürlich möglichst irgendwie in dem, mit dem Symbol mitarbeiten. So, ich hoffe, das wird gleich wieder scharf. Ich sehe gerade irgendwie, dass es mein Handy stellt. Das ist ein bisschen unscharf. Da, aber jetzt hat's wieder. Gut. Und dann gehe ich mit dem dunkleren Marker, da nehme ich jetzt die dünne Seite, außen an dem Rand in kleinen Bewegungen und mache da sozusagen etwas Tiefe rein, indem ich außen ein kleines bisschen dunkler werde. Und wenn ihr mit der Mitte zufrieden seid, könnt ihr euch den Kürbisgelben Stift nehmen. Und hier habe ich es jetzt so gemacht, dass ich mit dem Kürbisgelb von außen, von innen, von dem Orange bis ganz hellgelb in die Spitzen malen möchte und sozusagen die Farben ineinander verblende. Deswegen nehme ich jetzt hier, weil ich nur kleine Bereiche mache, wieder die feine Spitze von den Markern. So. Ich mache auch nicht alles, sondern ich fange an einer Stelle und möglichst immer so Blütenblatt für Blütenblatt arbeite ich. Das heißt, ich mache mir hier unten in dieser Blüte und in der Nachbarblüte etwas Kürbisgelb hin. So. Und den lege ich mal in die Seite. Und da habe ich den dunklen genommen. Jetzt nehme ich das dunkle Gelb, auch die dünne Seite, und male ein kleines Stück höher und ein bisschen hinein. Dadurch zieht man sich die Farbe so nach außen. Ja, das heißt, ihr geht ein bisschen oben drüber und in den Farbverlauf. Ich kann euch das schon einmal jetzt vielleicht hier ganz gut zeigen. Hier sieht man noch relativ deutlich, dass man den orangen und den gelben Teil hat. Und hier, wo ich schon viel verblendet habe, also übereinander gemalt habe, da sieht man das sozusagen schon nicht mehr als einzelne Farbbereiche, sondern als einen Übergang. Das heißt, je nachdem, wie oft ihr dort eben drüber geht mit dem Alkoholmarker, zieht sich die Farbe ineinander oder vermischt sich. Wenn ihr zufrieden seid, dann könnt ihr den gelben, hellgelb nehmen und die Blüte, das Blütenblatt bis in die Spitze malen. Und auch da oben drüber ausmalen, einfach füllen und dann den Bereich nochmal verblenden. Heißt, wieder in die alten Farbbereiche hineingehen und die Farbe nach außen streichen. So habt ihr dann dort einen schönen Übergang. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr jetzt sozusagen reihum mit den anderen Blütenblättern fortfahren. Das heißt, immer unten zu dem braunen, zimtbraunen Stiel hin. Ich mache jetzt mal ein paar mehr. So. Das Kürbis-Ranche. Dann den dunkleren Gelbton. Einarbeiten und verblenden. Und nach oben hin ausstreichen. Dann wieder das helle Gelb bis oben zur Spitze. So. Jetzt könnt ihr die hinteren, habt ihr hier schon gesehen, habe ich die eine schon mitgemalt, könnt ihr frei entscheiden, ob ihr nur das dunklere Gelb einarbeitet oder ob ihr dort auch nochmal einen Punkt Orange setzt. Bei den ganz äußeren habe ich das auch gemacht, dass ich da nochmal ein bisschen Orange wieder reinsetze. Wieder das dunkle Gelb. Oder hier fange ich nur mit dem dunklen Gelb an. Es muss nicht überall, müssen nicht immer alle drei Farben sozusagen oder drei Farbnuancen aufkommen, sondern ihr könnt auch da ein bisschen variieren und mal nur zwei machen. Ich würde sie nie nur in einer Farbe ausmalen, sondern wirklich schauen, dass ihr mindestens zwei Farbnuancen habt, um da wirklich auch eine schöne Tiefe reinzukriegen. So. Ich halte euch das nochmal näher und hoffe, dass ihr das schon dann auch gut erkennen könnt. Das Papier hier, auf dem ich jetzt arbeite, ist flüstereis, ja. Das klappt sehr, sehr gut mit den Stampinplans. Ihr solltet nicht auf dem Aquarellpapier oder ähnlichem Papier mit den Stampinplans arbeiten. Und auch tatsächlich mit fremdem Papier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe zum Beispiel ein Teil mal auf unserem Kopierpapier, auch auf so ein bisschen dickerem Kopierpapier, gemalt mit den Stampinplans. Und da muss man aufpassen, dass das Papier nicht eine zu starke Saugkraft hat. Weil sonst könnt ihr es, wenn ihr den Blend ansetzt, quasi schon fast sehen, wie euch die Farbe aus dem Stift rausgesaugt wird. Das ist natürlich unglaublich schade, weil die sind ja nicht nachfüllbar. Und dann sind die unglaublich schnell aufgebraucht. Das heißt, da wirklich auf ein, ich sag mal ja, es ist schwierig zu sagen, qualitativ hochwertiges Papier zu achten, aber halt wirklich auf einen Farbkarton zu nehmen, der für solche Sachen eben gedacht ist und nicht einfach nur ein Papier. Ganz schlimm wäre es natürlich mit so Löschpapier-ähnlichen Sachen. Aber je günstiger es Papier ist, desto eher hat es diese Fasern, die eben viel Farbe aufsaugen. Und damit nimmt man sich so ein bisschen die Freude an der Sache. Weil wenn die natürlich dann super schnell leer sind, wäre es natürlich super schade. Ich habe jetzt den Hellkürbis-Orange gar nicht genommen, weil ich die Blätter ein bisschen zu klein finde, um noch mehr zu machen. Und das Verblenden mit dem Orange zu dem Gelb schon sehr, sehr gut klappt mit den Farbtönen. Da könnt ihr natürlich auch schauen, wenn ihr... Es geht auch auf jeden Fall nur mit Gelb. Das habe ich auch bei ein, zwei Projekten gemacht. Zeige ich euch nachher an ein paar fertigen Projekten, wie das dann aussieht. Und das habe ich tatsächlich dann auch ein bisschen unterschiedlich gemacht. Und es gibt auch nicht nur sozusagen jetzt hier... Ich zeige euch jetzt eine Variante, wie man diese Sonnenblumen kolorieren kann oder wie ich sie gerne koloriere. Mit dem... Freut mich, dass du es schön findest. Danke schön! Mit dem braunen mittleren, sodass dann das Orange und dann das Gelb nach außen geht. Das ist eine Möglichkeit. Dadurch kriegt die Blume natürlich unglaublich viel Tiefe zu diesem braunen Mittelkreis. Das ist eine Variante. Ich zeige euch auch einmal noch vielleicht eine andere Variante. Und zwar habe ich ja die Karte schon gepostet bei einem Karten... Bei der Karten-Challenge hatten wir sozusagen hier einmal ein vorgegebenes Muster, wie sozusagen das Karten-Layout aussieht. Und da habe ich auch die Sonnenblume verarbeitet. Und hier könnt ihr sehen, habe ich nicht mit... Also auch das braune in der Mitte, aber nicht orange bis gelb in die Spitzen gearbeitet, sondern ich habe hier bei jedem Blatt eine gelbe dunkle Mitte und dann hellgelb nach außen gearbeitet. Das ist dann sozusagen nochmal eine andere Möglichkeit, der Blume sozusagen etwas Leben einzuhauchen. Und da habe ich mich orientiert an diesem Designerpapier. Das hat ja auch hier sozusagen den dunkleren Teil und dann wird es heller außenrum. So könntet ihr auch die Sonnenblume natürlich kolorieren. Da könnt ihr schauen, was euch besser gefällt oder mal so und mal so. Das bewegt halt jedes Mal die Blume dann ein bisschen anders. Also hier jetzt mit dem... sozusagen jedes Blatt für sich mit einer Tiefe in der Mitte oder mehr so die Blume zentral fokussiert hierauf. Das habe ich auch einmal. Also hier habe ich die so koloriert und hier habe ich eben anders mit diesem Orange noch mit rein koloriert. Ich finde beides sehr, sehr schön und durchaus unterschiedlich. Und hier seht ihr auch schon, was ihr mit dem Designerpapier machen könnt. Wenn ihr das Designerpapier komplett koloriert habt, könnt ihr das eben unterschiedlich schneiden. Also hier habe ich die Blume sozusagen, die ihr einzeln habt, einzeln aufgeklebt mit dem verschiedensten Designerpapier. Da habt ihr auch noch Reste. Alle, die die Juli-Box bestellt haben, haben hier auch das unterschiedliche Designerpapier. Oder ihr könnt Streifen von dem sozusagen neu gemalten Designerpapier mit ein bisschen Farbkarton auf eine Karte kleben. Hier habe ich jetzt noch geprägt. Das ist der Prägefolder Struktureffekt. Den finde ich auch ganz toll, der einfach auch so ein bisschen Cardstock gleich nochmal so einen Wow-Effekt zaubert. Finde ich auch eine ganz schöne Möglichkeit. Und ich zeige euch mal noch weitere Möglichkeiten, was ihr machen könnt, wenn ihr dieses 6 auf 6 Inch koloriert habt. Das ist jetzt angelegt an die Kartentechnik, die wir letzte Woche gemacht haben mit der Sam. Da habt ihr ja das Designerpapier in kleinere Quadrate geschnitten. Eigentlich nur in 4. Und ich dachte mir, das sieht bestimmt auch schön aus als längliche Karte. Deswegen habe ich hier jetzt sozusagen die doppelte Menge, also die 8 Quadrate aneinander geklebt, auf den braunen Cardstock und das dann wiederum auf die grüne Kartenbasis. Den kleinen Spruch, vielen lieben Dank, der ist auch aus dem Gute-Laune-Gruß-Set. Den habe ich per Hand einfach ausgeschnitten und dann mit Dimensionals nochmal draufgeklebt. Also das wäre auch eine Möglichkeit, die ihr nutzen könntet. Und die Anleitung sozusagen, wie ihr das 6 Inch Papier zerschneiden könnt, habt ihr ja sozusagen schon von der letzten Woche. Da könnt ihr dann nochmal schauen. Und das wäre eine Möglichkeit, was ihr mit den Sachen sozusagen aus dem Projekt jetzt hier noch zaubern könntet. Genau so habe ich. Also bei 4 sind ja insgesamt sozusagen... Jetzt musste ich mal kurz... Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie das hier ursprünglich dran lag. Aber genau, ich habe auch noch einmal... Uh, so rum müsste es dann sein. Ähm, die Sonnenplume. Ja, wahrscheinlich würde ich sie so rumkleben. Und hier unten wieder einen... Hier unten wieder den Spruch. Ähm, sozusagen ganz klassisch nach der... Nach der letzten Kartenfalltechnik habe ich noch nicht fertig geklebt. Oder auch hier könnte ich mir das jetzt mit einem braunen Etikett auch sehr gut vorstellen. Die werde ich noch fertig basteln und dann die Tage im Laufe der Woche auch auf Instagram posten. Könnt ihr euch auch noch natürlich inspirieren lassen. Ähm, dazu habt ihr ja sozusagen jetzt schon die Ideen oder sozusagen ihr wisst, wie ihr das anfertigen könnt. Das wäre so eine Möglichkeit eben hier. Ich packe das mal beiseite. Das koloriere ich nachher noch fertig. Ihr werdet bestimmt auch noch ein bisschen länger fleißig kolorieren. Ähm, aber ich dachte mir, ich will auch heute noch nutzen, nicht nur ein Projekt mit euch fertig zu basteln, sondern euch wirklich immer noch ein paar Ideen mit auf den Weg zu geben, was ihr so alles machen könnt. Was ihr so alles zaubern könnt. Ähm, ich würde sagen, einmal habt ihr jetzt schon etwas Vorgefertigtes von mir, mit dem ihr arbeiten könnt und hoffentlich sehr viel Freude habt und auch die Farben Hummelgelb und Zimtbraun ein bisschen lieben lernt. Ähm, aber ich finde das unglaublich schöne Projekte. Ich habe aber auch noch mit dem 6 auf 6 Inch Papier einfach eine kleine Box gezaubert. Und zwar habe ich das einfach ringsum bei 2,5 cm gefalzt und dann unten drunter eine kleine Kiste gemacht. Das könnte man jetzt tatsächlich auch unkoloriert, finde ich, sehr schön nehmen. Oder auch nur einen Teil nochmal so Spotlight-mäßig vielleicht kolorieren oder komplett kolorieren. Und, ähm, verbasteln, schickes Band rum. Das werde ich also auch noch, ähm, ein bisschen weiter verfolgen und fertigstellen und euch dann zeigen, wie es aussieht, wenn es ganz fertig ist. Und wie man solch eine, ähm, Klappschachtel oder, ja, klassische Box macht, das, äh, werdet ihr auch noch im Juli-Programm ja nächste Woche, ähm, auf jeden Fall kennenlernen. Da werden wir sowas basteln. Ich habe einmal eine hohe gebastelt und einmal eine niedrige. Das kommt ja auch dann immer wieder ganz drauf an, was man eben, ähm, verschenken oder verbasteln möchte. Hier würde das jetzt gar nicht auffangen und natürlich ist auch alles dazwischen möglich mit nur so einem kleinen Abstand. Auch da könnt ihr, wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig gerne, ähm, was ihr sozusagen noch an Anleitungen braucht. Oder ihr könnt auch gerne euch was wünschen, was vielleicht dann gerne in der August- oder September-Box drin sein könnte. Ja, ne, unkoloriert ist echt schön, finde ich auch. Ja, Verpackung, ne, was soll ich sagen? Eine Freundin hat auch gesagt, Marion, du machst eigentlich gar nicht so viele Karten, ne? Und jetzt habe ich mir ja doch, ich mache ja kolorieren und so und dann zeige ich ganz viele und dann ist das ja schnell gemacht mit Karten. Und schwupp, was fällt von meinem Tisch? Mindestens eine Box. Und ich sage mindestens eine Box, denn... Tadadada, Trommelwirbel. Es kommt natürlich noch eine Box. Und die zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier mit Aventurin und dem geprägten Zimtbraun noch eine Box gebastelt. Und hierzu habt ihr an sich die Anleitung auch schon. Ich habe nämlich so ein bisschen mich inspirieren lassen von allem, was wir schon gemacht haben. Also einmal die Kartenfalttechnik, Designerpapier One-Sheet-Wonder von der Sam. Und hier, das ist jetzt an sich der Box, die Box voller Größe nachempfunden, denn das ist eine Schachtel mit einer Banderole drum. Und die Banderole dann nochmal ausgestaltet. Und da fand ich das total schön. Ich habe, weil ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wo, aber das ist Teddy oder so ein kleiner Ein-Euro-Job oder... Ein-Euro-Job. Ein Euro-Laden gewesen sein. Den Minigarten gefunden. Komprimierte Kokoserde und Blumensahnen von der Sonnenblume. Da dachte ich mir, wie perfekt ist das denn? Das ist doch mal ein superschöner kleiner Gruß, den man jemandem schicken kann, der einen kleinen Garten hat und gerne Sonnenblumen mag. Und die gerne bei sich dann zu Hause auch sehen möchte. So ein kleines Paket. Und dann dachte ich mir, so schwupp, eine Banderole drum. Jetzt hakt es ein bisschen. Und natürlich passend die Sonnenblume dazu ist das ein superschönes Geschenk, finde ich. Und jetzt, einige von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen, ist es etwas anders koloriert, als wir das vorhin gemacht haben. Denn wenn wir zum Beispiel uns die anschauen, seht ihr, dass hier ja der schwarze Rand ist. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das anders zu stempeln oder anders einzufärben. Freut mich, dass die Box euch gefällt. Genau, dann habe ich hier noch, vielleicht ganz kurz, einfach der Vollständigkeit halber, das Band. Das ist auch in Hummelgelb. Es gibt nämlich nicht nur das Geschenkband in Gelb, wie ihr das auch in den anderen Farben habt, sondern es gab auch noch so ein kariertes. Finde ich unglaublich schön. Das habe ich hier drum geklebt und eine kleine Schleife extra draufgeklebt. Ähnlich wie die Sam. Ich klebe immer Band und klebe dann eine Schleife oben drauf. Also das sind sozusagen zwei Teile. Hier die Blätter und dann den kleinen Spruch von Hand aus geschnitten. Und ich möchte euch jetzt kurz zeigen, wie ihr die Sonnenblume so kolorieren könnt, beziehungsweise so stempeln könnt, dass sie so aussieht. Und noch ein, zwei kleine weitere Tipps. Und zwar, dafür brauchen wir wieder den Stemperatus. Und diesmal tatsächlich eine Sache, wofür der Stemperatus unglaublich super ist. Nur eine Technik. Weil wenn man Stempel einfärben möchte, was wir tun, ist es super, dass man die Möglichkeit hat, das öfter zu stempeln. Und dass das immer wieder auf derselben Stelle ist. Das ist unglaublich schwierig, wenn man das von Hand versucht. Ich nehme wieder mal dasselbe statt und dann habt ihr nachher auch einen schönen Vergleich. Beziehungsweise ich werde das noch, wie gesagt, später zu Hause, zu Hause, später alleine, wenn ich Zeit habe, fertig kolorieren. Und dann später auch die Vergleiche nochmal auf Instagram zeigen. Wir brauchen also nochmal unsere Sonnenblume. Diesmal kommt sie da hin. Und da seid ihr natürlich jetzt frei. Ich mache das mit der Sonnenblume, weil ich die Sonnenblume einfach gerade so schön finde und sich jetzt so alles ein bisschen bei mir um dieses Gute-Laune-Gruß-Set dreht. Aber ihr könnt das natürlich auch mit anderen Stempeln machen. Da seid ihr natürlich auch frei in dem, was ihr zu Hause habt. So, bin ich richtig im Bild? Ich denke schon. Und zwar gibt es bei Stampin' Up ja nicht nur die Stampin' Blends, sondern es gibt auch die Stampin' Right Marker. Und die sind jetzt eben nicht auf Alkoholbasis, sondern auf Wasserbasis. Und damit könnt ihr Stempel einfärben. Mega cool! Ich bin ja bekennender Stampin' Blends Fan, was für flächenmäßiges Kolorieren geht. Hat ja den Vorteil, dass man eben die Linien, die man malt, nicht sieht, weil die Farbe so ineinander fließt. Das wäre jetzt, wenn ihr mit den Stampin' Right Markern ausmalt, nicht der Fall. Da sieht man dann die Strichstärke. Ist nicht schlimm, finde ich. Auch bei vielen Karten oder bei vielen Sachen unglaublich schön. Und kann man auch unglaublich viel mitmachen, wenn man mit der Strichführung sozusagen sieht, was gemacht wird. Also auch damit könntet ihr so eine Sonnenblume ausmalen. Tendenziell eher kleinflächigere Sachen als ganz großflächige Motive. Aber jetzt hier die Sonnenblumen sind ja auch kleinflächig. Also wenn ihr jedes Blatt einzeln malt, sieht das auch mit dem Gelb von den Stampin' Right Markern toll aus. Ein Nachteil, den ich bedauere bei den Alkoholmarkern ist, dass man eben nicht Stempel damit einfärben kann. Man heißt, man muss mit Memento Schwarz oder mit einem anderen wasserbasierten Stempelkissen stempeln, damit man dann mit den Plents kolorieren kann. Und mit den Stampin' Right Markern ist eine ganz wundervolle Technik, dass ihr euch Stempel einfärben könnt. Das machen wir jetzt einfach einmal. Wir starten mit dem Zimt-Braun-Marker und auch hier, ähnlich wie die Plents, hat er eine schmale Seite und eine pinseldicke Seite. Wir nehmen die Pinselseite und kolorieren uns den mittleren Kreis in Braun und auch wieder diese kleinen Pünktchen außenrum. Ja, da könnt ihr einfach mit dem Pinsel drüber gehen und man sieht dann ganz schön, ich weiß es wahrscheinlich nicht unbedingt in dem Video so gut, aber wenn ihr mit der Nase dran seid, seht ihr schön, wo ihr das Stempelmotiv schon eingefärbt habt und wo noch nicht. So, dann. Und jetzt kommt das, was ich sage, wofür das Stempel-Braun so gut ist, jetzt könnt ihr das schon einmal umdrehen und einmal abstempeln. Ja, dann seht ihr, ob ihr eventuell nochmal irgendwo korrigieren wollt. Ich lasse das jetzt mal für den ersten Eindruck. Dann, weil jetzt das Orange leider nicht in den neuen Ink-Color mit drin ist, habe ich das Kürbisgelb aus meinem anderen Vorrat genommen. Ich nehme da auch die dicke Seite und mache da, Kolorie da, um den braunen Anfang herum. Und sagen, das innen einfach so einmal so ein bisschen, auch hier gucke ich, also den Blättern entlang, sage ich mal, so die inneren, das ist drei, vier Zentimeter sein, die ich einfärbe. Und dann wieder könnt ihr das nochmal abstempeln. Und jetzt habt ihr diesen orangenen Rahmen. Jetzt nehme ich mir einmal, weil ich jetzt die hellste Farbe nehme, mache ich einmal meinen Stempel wieder sauber. Gehe einmal mit dem Reinigungsprofi drüber, dass der die restliche Farbe abnimmt. Und jetzt nehme ich das Hummelgelb und male. Außenrum färbe ich mir den Stempel komplett ein, bis in die Zacken. Die Stampin' Right Marker, weil man damit eben die Stempel schön einfärben kann, ist auch eine schöne Alternative, wenn man sich nicht zu allen Farben das Stempelkissen direkt am Anfang holt, sondern die Stampin' Right Marker gibt es ja immer im Set der Farbfamilien oder der Ink-Color. Das heißt, da kann man am Anfang auch schon sehr, sehr viel mitmachen, indem man sich eben den Spruch, wenn man den in einer passenden Farbe haben will, damit schön einfärben kann und dann auch wieder viel machen kann. Und auch die Karte innen drin damit beschreiben kann. Also für das komplett stimmige Bild ist da mit den Stampin' Right Markern dann gesorgt. Finde ich auch trotz Stampin' Plants eine tolle Ergänzung im Bastelreich, die ich nicht missen würde. Also habe ich auch direkt am Anfang beides bestellt, sowohl die Blends als auch die Stampin' Right Marker. Und dann könnt ihr wieder, wenn ihr das habt, das einmal abdrücken und habt eure Blume sozusagen koloriert. Wenn euch das zu krass ist im Übergang, könnt ihr auch da nochmal Farbe aufbringen. Auch hier, da muss man dann ein bisschen zügiger arbeiten. Jetzt vielleicht, als ich das gerade getan habe, weil ich noch nebenher schwebe. Dass sich die Farben natürlich noch ein bisschen vermischen. So, das wäre sozusagen Einfärben mit den Stampin' Right Markern. Ich hebe das hier nochmal hoch, das andere klebt ihr fest. Dann habt ihr diesen dunkelbraunen Rand. Da könnt ihr auch mehrfach drüber gehen. Dann diesen helleren, orange-gelbenen Rand. Ja, und dann nach außen das Hummelgelb. Genau. Da seid ihr natürlich auch frei. Ihr könnt das natürlich auch in anderen Farben gestalten. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, sozusagen das Kolorieren. Und auch für andere Stempelabdrücke ist das mit Sicherheit eine schöne Idee. Freut mich. Dankeschön, Sam. Ja. Fand ich total toll. Und auch gerade für die Sonnenflume bietet sich das natürlich an. Ihr könntet auch zwischendrin nochmal ein, zwei in orange einfärben. Also da seid ihr natürlich auch nochmal flexibel, wie ihr euer Motiv ausgestalten möchtet. So. Und dann, das wäre sozusagen Technikvariante Nummer zwei. Also das orange gehört da nicht rein. So. Also wir haben die Stampin' Blends und die Stampin' Right Marker. Und jetzt drehe ich einmal. So. Seht ihr das wahrscheinlich noch. Tschup. Das noch mal fest. Das gucke ich noch mal kurz. So. Jetzt, dass es mir nachher nicht in das Motiv hineingeht. So. Eine. Freut mich, dass es euch gefällt. Cordula und Sam. Ähm. Finde ich halt auch super einfach. Und geht halt wirklich, wie gesagt, mit dem Stemperatus super. Weil man auch diese Zwischensachen stempeln kann. Man kann natürlich auch alles zusammen einfärben. Also ihr könnt auch zimtbraun, orange machen und gelb. Beziehungsweise, wenn ihr es alles auf einmal macht, fangt mit gelb an. Mischt dann orange unter und dann braun. Ähm. Weil dann habt ihr euch nicht die Spitzen von euren Markern nachher versaut. Oder zwischendrin dann immer mal wieder sauber machen. Ähm. Das ist, finde ich, eine unglaublich schöne und einfache Technik eigentlich. Die aber wirklich mit dem Stemperatus besser geht, als wenn ihr es mit einem normalen Acrylblock macht. Ähm. Ähm. Weil man einfach auch, wenn man eine Spitze nicht getroffen hat beim Ausmalen natürlich hier nochmal nachstempeln könnte. Genau. Wer jetzt keine Stampin' Right Marker hat und sagt, na ja super, jetzt habe ich weder die Blends noch die Stampin' Right Markern. Ähm. Da gibt es natürlich auch eine Technik, die ich euch noch zeigen möchte. Und damit wären wir dann bei Technik 3. Ähm. Für heute. Ähm. Und zwar bräuchtet ihr dafür die Stempelkissen. Und ich würde doch hoffen, eins davon findet sich bei jedem von euch immer außerhalb. Also, was ihr braucht wäre, ähm, das Stempelkissen in Zimbraun. Und jetzt lasse ich das Kürbis Orange mal weg. Und ihr braucht ein, zum Beispiel ein Fingerschwämmchen. Die Fingerschwämmchen gibt es für 6 Euro, ich glaube es ist ein Fünferpack bei Stampin' Up. Ähm. Finde ich total super. Lässt sich ganz easy mit arbeiten, weil die so schön auf einen Finger passen. Also, wir haben Zimbraun und ein Fingerschwämmchen. Und wir nehmen Hummelgelb. Und ein Fingerschwämmchen natürlich auch dazu. Jetzt könnt ihr, ähnlich wie vorhin mit den Stampin' Right Markern, euer Fingerschwämmchen in die Farbe tupfen, dass das die Farbe aufnimmt. Und euer Stempelmotiv damit einfärben. Auch hier, ich mache das immer, um grob zu sehen, wie das jetzt schon aussieht, stempel ich einmal schon mal ab. Jetzt ist das noch recht schwach, weil man eben recht zaghaft mit dem Schwämmchen Farbe aufträgt. Aber das ist ja nicht schlimm, ihr könnt es ja einfach dann auch nochmal wiederholen. Je öfter ihr es macht, desto dunkler wird euer Eindruck. Jetzt mache ich mal nur noch die Mitte, weil außenrum finde ich schon sehr gut. Das gefällt gut. Und dann nehme ich den gelben Ton und färbe mir das Stempelmotiv mit dem Fingerschwämmchen ein. Und hier auch, ich nehme jetzt nur das Hummelgelb. Technik Nummer 3 ist deine. Sehr gut. Weil du Fingerschwämmchen so gut findest oder weil du es nicht so mit den Markern hast? Was macht die Technik so zu deiner? Das würde mich interessieren. Finde ich aber schön, dass du sozusagen das für dich gefunden hast. Und das war auch so ein bisschen die Intention von dem Video heute und auch dem, was noch so kommt. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten zu kolorieren. Es gibt, wie gesagt, die Plents, die Marker, dann gibt es ja auch noch die Aquapainter. Es gibt die Mischstifte, es gibt die Aquarellstifte, es gibt Pinsel. Und es gibt für jeden, glaube ich, so seins. Und jeder muss so für sich herausfinden, womit er am liebsten arbeitet. Und dafür muss man aber auch mal den Mut haben, alles Mögliche auszuprobieren. Und dann findet man so seine Technik, die einem am besten gefällt, am besten liegt, die einem am meisten Spaß macht. Weil das soll es ja. Es soll ja Spaß machen. Zwischen dem ich sage, kolorieren mit den Stampin' Plants ist für mich so ein bisschen meditativ. Das tut mir unglaublich gut. Aber manche Leute haben nicht so dann vielleicht die Geduld dafür oder sagen, die sind vielleicht dann auch eher beim Aquarellieren oder vielleicht auch da eher so beim flächenmäßigen Aquarellieren dann zu Hause. Da findet dann ja so jeder seine Technik für sich. Und jetzt seht ihr, das ist, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen, habe ich hier nicht ausreichend Farbe aufgetragen. Da müssen wir noch mal ran. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wenn man das so zuklappt, ist das ja hier, genau. Das heißt, hier muss noch mal Farbe drauf. Vor allem bis oben in die Spitzen. Und dank dem Stamperatus kommt der nächste Abdruck auf die gleiche Stelle. Und das sieht doch schon sehr, sehr, sehr viel besser aus. Genau. Das wäre sozusagen die Schwämmchen-Einfärbetechnik. Und auch so könnte man diese Motive unglaublich schön und einfach kolorieren. Es sieht alles auch in Natur noch mal ein bisschen anders aus als jetzt durch die Kamera. Ist immer schwierig, das so aufzufassen. Aber wir haben hier jetzt durch die Schwämmchentechnik ein sehr dunkles aufgebrachtes. Und hier mehr ein, also die Farbe ist satter mit den Schwämmchen. Und hier hat sie mehr wieder so eine gezeichnete Verlauf, weil man ja auch wirklich mit so Markern gestrichen hat. Und sozusagen auch die Farbintensität ist dann immer ganz unterschiedlich. Und so entstehen ganz unterschiedliche Werke mit den unterschiedlichen Techniken. So, und jetzt zeige ich euch noch eine kleine Sache. Und zwar habe ich ja die Schwämmchen jetzt benutzen. Jetzt könnte ich entweder für die oder für die eine andere Alternative euch noch zeigen, wie ihr den Innenraum noch ausmalen könntet. Weil jetzt möchte man ja hier ungern sozusagen nochmal mit viel Farbe hineingehen, sondern nur mit so einem Hauch von Farbe. Und da gibt es so Gesichtsreinigungsbürstchen, habe ich jetzt entdeckt. Und da könnt ihr mit ins Stempelkissen gehen und dann in das Motiv das sozusagen einfach leicht einarbeiten. Das ist ähnlich wie diese Schwämmchentechnik. Da könnte man jetzt auch versuchen, ganz vorsichtig mit dem Schwämmchen drüber zu gehen. Aber so kann man das dann innen drin ganz hauchzart, ganz fein gesprengelt noch innen drin kolorieren und gibt dem ganzen Motiv sozusagen nochmal ein kleines Extra. Finde ich unglaublich. Und ganz toll ist diese Gesichtsbürstchen mit so einem Dupsikum. Das heißt, man kann die dann so schön wieder verwahren und man kann sich an sich noch draufschreiben, für welche Farbe man das benutzt hat. Ich meine, jetzt sieht man es. Also man sollte natürlich schauen, dass man es nur für gelb oder zwischendurch oder auswäscht, bevor man es dann in eine andere Farbe tut oder man hat. Wie bei den Schwämmchen haben viele ja auch dann sich draufgeschrieben, für welche Farbe sie das benutzen. Genau. So. Ich mache mal hier meine Stempelkissen zu. Und dann zeige ich euch noch einmal hier jetzt sozusagen das fertig auch ausgefüllte Motiv mit den Schwämmchen und der Gesichtsbürste. Genau. Und da seht ihr so einen ganz hauchzarten Hintergrund. Hier war nochmal das mit den Stampin' Right Marker. Und hier angefangen der Teil mit den Stampin' Plants. Ich freue mich, wenn ihr vielleicht in den Kommentaren oder so mal dann schreibt, was euch am besten gefällt oder was ihr tatsächlich ausprobiert habt und was ihr ausprobieren könnt oder was ihr als nächstes dann unbedingt mal ausprobieren möchtet. Manchmal hat man ja jetzt das ein oder andere noch nicht zu Hause und schafft sich dann vielleicht noch das ein oder andere an. Ich reinige hier einmal noch mein Motiv und dann hole ich nochmal die gesammelten Werke. Und eine Karte habe ich auch noch im Vorfeld gefertigt, um sie euch zu zeigen. Aber freut mich, Sam und Cordula, dass ihr es cool findet. Kantet ihr noch nicht das mit dem Gesichtsschwamm? Gesichtsschwamm ist ja nicht ganz richtig mit der Gesichtsbürste. Eine schöne, günstige Variante zum Kolorieren. So. Einmal kurz Ordnung schaffen. Der Stampin' Right ist ganz so weiter. Genau. Also wir hatten hier, das war die Box mit dem Schwämmchen. Und jetzt habe ich mit der Bürste, das habe ich bei dem Motiv hier, noch ein bisschen weiter gemacht und habe damit den ganzen Kartenhintergrund, den weißen, eingefärbt. Das hier war mit den Schwämmchen gemacht und dann sozusagen auf einen hummelgelben Farbkarton mit Abstand, mit ein bisschen Dimensionals, ähm, dran. Kleiner, kleiner Spruch, kleine Plättchen-Akzente und ein bisschen Band. Und dann war die Farbe, die Karte sozusagen auch schon fertig. Ja, Drogeriemarkt, ich komme. Ja, ne, also ich kann gerne verraten, hier, das ist, äh, günstig, äh, selbst gekauft bei DM, bei Eveline. Waren, glaube ich, zwei, zwei, drei Euro, wenn's, wenn's hochkommt. Ähm, so eine kleine Gesichtsbürste. Wie gesagt, ich würde schauen, es gab die auch ohne Schutzklappe. Aber ich, so, ne, wenn's so im Bastelrahmen rumliegt, würde ich sie empfehlen, mit Verschlussklappe mir zu besorgen. Genauso, also haben wir hier die verschiedensten Sachen nochmal, hole ich nochmal zurück. Was ihr alles zaubern könnt, jetzt im Juli mit den Sachen. Oh, ich glaube, die Karte ist nicht mehr im Bild, ich glaube, da ist mein Platz zu Ende. Oh, mit den Pfingstrosen sieht das bestimmt auch super aus. Na, dann sag ich mal, ne, fleißiges, frohes, schnelles Shoppen. Und dann bin ich gespannt, was du, was du damit zauberst. Und freut mich, dass du auch was Neues entdeckt hast, jetzt hingegen in dem Video hier. Ja, ich glaube, das war's von mir für heute. Ah, eine Sache wollte ich noch kurz erwähnen, und zwar, wenn ihr den Stemperatus zum Beispiel noch nicht habt, jetzt im Juli läuft ja noch die Aktion, dass man pro 60 Euro einen 6 Euro Gutschein kriegt, oder 10% Rabatt, je nachdem, wie man das interpretieren möchte mit dem Gutschein. Und der Stemperatus kostet 59, also zum Beispiel der Stemperatus und so kleine Fingerschwämmchen für 6 Euro. Dann könntet ihr das Angebot schon nutzen und spart da, sozusagen habt dann die Fingerschwämmchen quasi geschenkt zum Stemperatus. Also wenn ihr da zuschlagen wollt, jetzt im Juli könnt ihr natürlich bei mir oder der Sam gerne bestellen. Natürlich auch andere Sachen, wie gesagt, wir schreiben es euch auch nochmal in die Gruppen, dieses Angebot, was jetzt im Juli geht mit den 60 Euro und den Bonusgutscheinen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch auch natürlich gerne nochmal bei mir oder der Sam melden. Ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt viele Ideen mitgenommen und ja, ich bin ganz gespannt, was ihr so zaubert. Ihr habt ja noch etwas Cardstock übrig und auch noch aus den vorher rangegangenen Projekten bestimmt auch noch ein bisschen Flüsterweiß oder andere Sachen. Und ich bin gespannt, was ihr aus den Sonnenblumen zaubert, was ihr macht und vielleicht auch welche anderen Produkte ihr umsetzt, welche Motive ihr mit den Techniken anwendet. Und ich freue mich da auf einen Regenaustausch auch in den Gruppen und gerne. Natürlich dürft ihr das auch hier unter dem Post posten oder der Sam oder mir in den WhatsApp-Gruppen schreiben. Und ansonsten, es hat mich mega gefreut, es war eine schöne Stunde mit euch. Und wie gesagt, alles rund ums Thema kolorieren mit Wasser sozusagen, nicht mit mir Wasser, sondern mit Wasser wie Aquamarkern und so, Aquarellstiften. Ähm, das versuche ich im Laufe der Woche online zu stellen, beziehungsweise vielleicht komme ich dafür im Laufe der Woche live. Ähm, vielleicht stelle ich aufs YouTube hoch, muss ich mal noch ein bisschen gucken, wie es auch hier einfach zu Hause eben möglich ist. Vielen, vielen Dank, Cordula. Ja, den Hintergrund, Menschen, du bist süß. Ja, das gebe ich weiter. Und wie gesagt, alles, ähm, ja, auf einem aufsteigenden Ast der Erholung. Und, ähm, ja, sobald es mir möglich ist, werde ich euch dann die, die Tipps zu den anderen Koloriertechniken noch nachreichen. Ich denke aber, dass ihr mit heute, ja, jetzt schon, ähm, einiges an Wissen hoffentlich mitnehmen konntet und viel Neues zum Ausprobieren habt. Und, ja, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und eine schöne Woche. Ja, Wasser mit Frau Wasser. Also dann, bis bald, ihr Lieben. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.